Er will dich folgen, wohin du gehst, stets bei dir bleiben, wo du auch stehst. Liebe Geschwister im Hernesum Christum, in der Reihe Companion Bible Appendix sind wir nun bei Anhang 47 angelangt. Das Buch des Gesetzes. Prüft alles und das Gute behaltet. Es ist eine Behauptung der höheren Kritik, die auf dokumentarische oder handschriftliche Beweise verzichtet und sich daher völlig von der Textkritik unterscheidet, dass die fünf Bücher, die als Pentateuch bekannt sind, nicht oder während der Zeit Moses geschrieben wurden, sondern in der Zeit eines Königs Manasses oder sogar erst von Esra. Aber im gesamten Alten Testament ist von einem bestimmten Buch die Rede, das ständig aufgeschrieben wird mit der Anweisung, wie es zu ergänzen und aufrecht zu erhalten sei, unter anderem durch die Propheten, die von Zeit zu Zeit zu diesem Zweck eingesetzt werden. Die erste Erwähnung erfindet sich in 2. Mose 17, 4. Am Rande wird auf diese Stelle verwiesen und auf alle anderen. Sie werden im Folgenden aufgeführt, damit die Kette Glied für Glied betrachtet und ihre Vollständigkeit und Vollkommenheit gesehen werden kann. Also hier sehen wir jetzt die Hinweise in der Companion Bible am Rande, wie das, was ich jetzt vorlese, zu verstehen ist. 1. Mose 17, 14. Geschrieben auf Jehovas Befehl in 5. Mose 25, 19. Hebräisch das Buch. 2. Mose 24, 4. Geschrieben von Moses und das Buch des Bundes besprengt mit dem Volk. 3. Mose 24, 27. Der Befehl Jehovas, schreibe du. 4. Mose 33, 1, 2. Geschrieben von Mose nach dem Gebot Jehovas. Und den ersten drei Monaten des ersten Jahres bis zum letzten Viertel des 40. Jahres vergleiche 5. Mose 1, 2, 3 mit 2, Vers 14. 5. Mose 1, Vers 5. Das Wort verkündigen, klar darlegen und impliziert das Schreiben. Das Wort kommt nur in 5. Mose 27, 8 und Habakkuk 2, 2 vor und schließt von 5. Mose 1, Vers 6 bis 33, 29 ein. 6. Mose 4, 8 umfasst mehr als dieses Buch 5. Mose und 4, Vers 2 muss sich auf das beziehen, was damals geschrieben wurde. 26, 16, 29, 21. 7. Mose 5, Mose 17, 18. Das Buch, das vor den Priestern und Leviten aufbewahrt wurde und vom König abgeschrieben werden sollte. Dies war die Standardabschrift Kapitel 31, 29, 25 und 26, die beim Laubhüttenfest in den Sabbatjahren zu lesen waren. Kapitel 31, Verse 10 bis 13. 8. Mose 5, 31, 19, 22, 24. Das Lied des Mose soll geschrieben werden. Vergleiche die Begründung, Verse 16 bis 18. Es wird der Hofer zugeschrieben. 9. Johannes 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes kam in die Obhut Josuas, im Unterschied zum Buch Joshua, und enthält nicht nur das fünfte Buch Mose, sondern das ganze Buch des Gesetzes, wie es oben beschrieben wurde. Vergleiche, Psalm 1, Vers 2, Lukas 24, 24. 10. Joshua 8, Vers 30 bis 35. Eine Abschrift des Gesetzes aus dem Buch auf dem Felsen des Berges Elbal. 11. Joshua 23, Vers 6 bis 7, auf das erneut Bezug genommen wird. 12. Joshua 24, 26. Joshua selbst schrieb in das Buch und fügte zweifellos 5. Mose 34 hinzu. 13. 1. Samuel 10, 25. Samuel setzte das Schreiben in das Buch fort, so der Hebräer. 14. 1. Könige 2, 1 bis 4. David beschuldigt Salomo im Hinblick auf dieses geschriebene Gesetz des Mose. 15. 2. Chronika 17, Vers 7 bis 9. Joschafat sandte die Fürsten, Leviten und Priester aus und sie lehrten in Judah und hatten das Buch des Gesetzes Jehovas bei sich. 16. 2. Chronika 23, Vers 11, 2. Könige 11, 12, Es wurden Joach nach 5. Mose 17, Vers 18 gegeben. 17. 2. Chronika 25, Vers 4, 2. Könige 14, 6, Amasia verschonte die Kinder der Mörder seines Vaters nach dem, was im Buch des Gesetzes des Moses geschrieben steht. 5. Mose 24, 4. 18. Punkt 2. Chronika 30, Vers 2 und 5 und 18. Hiskia hielt das Passafass im zweiten Monat, wie es geschrieben stand. Dies stand in 4. Mose 9, Vers 6 bis 14. 19. Punkt Josias Passafass wurde gehalten, wie es im Buch Mose geschrieben steht. 20. Punkt 2. Könige 17, 37, Das Gesetz, das er für dich geschrieben hat. Das heißt Jehova. Vergleiche Vers 35. 21. Punkt 2. Könige 22, 8, Hilkia, der hohe Priester, fand das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn. Im Vers 10 las Jaffan es vor dem König Josia. Hulda, die Prophetin, bestätigte diesen Hinweis. Verse 14 bis 20. In 2. Chronika 34, 14 wird es als das Buch des Gesetzes Jehovas von der Hand Moses bezeichnet. 22. Punkt. Jeremia bezieht sich auf dieses Ereignis, wenn er spricht, wie in Kapitel 15, Vers 16. 23. Punkt. Jesaja bezeichnet dieses Buch zu seiner Zeit als ein versiegeltes Buch. Kapitel 29, 11 bis 13. Der Herr Jesus bezieht sich darauf im Gegensatz zu den Geboten der Menschen. Matthäus 15, 1 bis 9. Markus 7, 1 bis 13. 24. Israel schreibt das Gesetz des Moses zu. Israel schreibt das Gesetz des Moses zu. Vergleiche 3, 2. 4. Mose 28, 29. 6, 18. 7, 6. Und alles soll nach diesem Gesetz geschehen. 3. Mose 18, Vers 24 bis 13 und 5. Mose 23, 3. 25. Punkt. In Esther 3, 8 waren die Gesetze noch vorhanden und als verschieden von allen Völkern bekannt. 26. Nehemiah 1, Vers 7 bis 9 spricht zu Jehova von den Satzungen und Rechtsbestimmungen, die er durch Mose gegeben hat. 27. Nehemiah 8, 8. Das Buch wird gemäß seinen Anforderungen gelesen. 28. Nehemiah 8, 14. Das Laubhüttenfest wurde gemäß 3. Mose 23, 39 bis 43 gehalten. 29. Nehemiah 10, 28. Es wurde ein feierlicher Bund geschlossen, in Gottes Gesetz zu wandeln, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben wurde. 30. Punkt. Nehemiah 13, 1. Sie lasen im Buch Mose über das Gesetz, wie es in 5. Mose 23, 3 geschrieben steht. 31. Punkt. Daniel bezieht sich in seinem Gebet auf den Fluch, der über das Volk verhängt wurde, geschrieben im Gesetz des Mose, des Knechtes Gottes. Mariachi 4, 4 schließt den Kreis und bezieht sich auf den Berg Horeb, wo das Volk das Gesetz empfing, im Unterschied zum Sinai, wo Mose es empfing, und auf Mose, von dem es gegeben wurde, nicht auf Ressera oder einige Redakteure eines späteren Tages. So. Das sind also die Hinweise über die Verfasserschaft Mose im Alten Testament durch die Bibel hindurch erklärt. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt wie immer unser lieber Bruder im Herrn Jesus Christus, Antonino, vielen Dank. Wenn ihr noch Zusätze, Fragen usw. habt, wäre sehr schön. Und dann schreibt sie doch in die Kommentarzeile oder an meine E-Mail-Adresse. Sie ist wie immer in meinem YouTube erwähnt. Auch der ganze Text könnt ihr direkt im YouTube lesen. Ich wünsche euch einen guten Tag. Amen. Ihr will dich folgen, wohin du gehst. Steht bei dir bleiben, wo du auch stehst. Und dann lasst die Bible, die friend sie dir, 79,000 Das hier ist die Million correlation, der 그때 in die Djokof-Shirt bei uns auf petitioner In-Mail-Adresse in-Mail-Game catching und am Ihnen